Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, wer soll der neue Neymar Ersatzspieler sein? Also, wer soll ihn ersetzen? Schreibt es mir in die Kommentare. Sollts Eden Hazard sein? Anton Griezmann? Osman Dembélé? Oder Liverpool? Oder der Liverpool Spieler? Ähm, wie heißt der nochmal? Schreibt den Kommentar, wenn ihr wisst, wie der heißt. Und, ja, danke. Wir sehen uns im nächsten Video.